Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Und einfach happy bin, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch. Wir machen heute viel anderes und nur ein ganz bisschen EM. Denn das andere ist ja in den letzten Wochen ein bisschen kurz gekommen, müssen wir mal ehrlich sein. Fangen an mit einem, ja schon Transferhammer, oder? Jan Niklas, Beste zu Benfica. Ja, also ich glaube, der hat alle überrascht. Es wurde ja verkündet von Fabrizio Romano. Und hätte man auch nicht gedacht, dass Fabrizio in seinem Leben nochmal über ein Spiel aus Heidenheim twittert. Und ja, überraschend, auf den zweiten Blick macht es dann doch total Sinn. Weil ich glaube, ich habe das hier auch mehrfach gesagt, ich bin ein riesen Fan von Jan Niklas, Beste gewesen. Ich glaube, er hat auch den Sprung auf den EM-Zug nur nicht geschafft, weil er sich nach diesen Testspielen oder vor diesen Testspielen verletzt hatte. Bisschen Pech gehabt, ja. Ich glaube, sonst wäre er dabei gewesen. Aber 13 Vorlagen, 8 Tore, total underrateder Linksverteidiger. Ja, eine Position, wo es immer Probleme gibt, passende Spieler zu finden, weil einfach die Auswahl da nicht so groß ist, wie es möglicherweise bei zentralen Mittelfeldspielern ist. Was mich ein bisschen gewundert hat, André, wenn man liest, Ablösesumme, er hat noch ein Jahr Vertrag, soll bei rund 10 Millionen Euro liegen. Rekord für Heidenheim. Warum da ein spezieller Bundesligist nicht zugeschlagen hat? Du meinst ein BVB, ne? Weil die ja den Marzen auch nicht geholt haben. Genau. Marzen war denen zu teuer mit 40 Millionen, kann ich total verstehen. Alles gut. Aber die haben jetzt Benzebaini. Ich glaube, da ist Beste besser, ehrlicherweise. Auf jeden Fall war er letzte Saison besser, ja. Hätte ich gerne in meiner BVB-Elf gesehen. Wo wir alle wissen, dass du die jedes Mal bei dir zu Hause an der Pinnwand... Die suchen jetzt händeringend einen Linksverteidiger offenbar. Und der ist für kleines Geld, also für kleines BVB-Geld, für BVB sind 10 Millionen nichts, zu haben. Vielleicht, ich weiß nicht, ob er es gemacht hätte, weil Benfica in Lissabon, Roger Schmidt, das ist ein toller Trainer, das weiß man. Der macht Spieler besser. Der hat einen Götze, als der schon sehr weit unten war, leistungsmäßig wieder hochbekommen. Das ist ein Bessermacher. Fünf-Jahres-Vertrag. Fünf-Jahres-Vertrag und eine wahnsinnige Stadt zum Leben. Also, der hat jetzt in Heidenheim gelebt, der lebt jetzt in Lissabon. Ist schon gut, nur trotzdem, wenn der BVB es nicht versucht hat, was sie ja vielleicht haben, dann muss ich sagen, ah, da haben sie eine kleine Chance vertan. Dafür wollten sie einen anderen. Seho Gürassi. Und da haben wir ja gestern mit Yannick schon drüber gesprochen. Da gab es jetzt Ungereimtheiten beim Medizin-Check. Und der ist nicht der Einzige, der da Bescheid weiß. Wir haben jetzt mal bei den Stuttgartern nachgefragt. Die kennen sich da ja auch ein bisschen aus mit Gürassi. Und der Kollege Julian Agardi hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Es gibt da so ein paar Entwicklungen. Wir hören mal rein. Servus, André. Ja, der Wechsel von Seho Gürassi vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund, der droht jetzt zur echten Hängepartie zu werden. Am späten Mittwochnachmittag haben die Dortmunder beim Medizin-Check eine Außenbandverletzung im rechten Knie diagnostiziert. Die hat sich Gürassi wohl während der WM-Quali mit Guinea Anfang Juni zugezogen. Und jetzt wollen sich die Dortmunder in der kommenden Woche tatsächlich eine zweite Expertenmeinung einholen und erst danach entscheiden, ob der Transfer über die Bühne gehen wird oder nicht. Gürassi ist am Donnerstagmorgen dann nach Paris geflogen. Nach unseren Infos arbeitet er dort in den kommenden Tagen mit einem Personal Trainer zusammen. Die Dortmunder gehen aber tatsächlich davon aus, dass Gürassi zwischen vier Wochen und ganzen drei Monaten ausfallen wird. Die Saisonvorbereitung verpasst Gürassi damit in jedem Fall. Und nach unseren Infos sehen mittlerweile sowohl Borussia Dortmund als auch der VfB den Wechsel wirklich als gefährdet an. Bedeutet, es ist aktuell völlig offen, ob Gürassi zum BVB wechseln wird oder nicht. Da wird wohl erst in der kommenden Woche Klarheit herrschen. Was kurios ist, schon 2016 war Gürassi mal durch einen Medizin-Check gefallen. Damals ging es um den Wechsel von Lille zum 1. FC Köln. 2016 gab es ein Happy End. Ob das wirklich in der kommenden Woche auch so passieren wird, ist Stand jetzt äußerst fraglich. Was machen wir denn jetzt? Das klingt für mich alles so, als ob es platzt, wenn man ehrlich ist. Hans-Joachim Watzke, ja operativ offiziell nicht mehr im Geschäft, aber der weiß natürlich trotzdem alles, war gestern bei uns in der Streaming-Sendung EM-Spezial zu Gast, hat mit unserem Chef Matthias Buggelmann gesprochen. Und der sagte auch, sie waren über diese Verletzung nicht in Kenntnis. Beide Seiten haben noch den Willen, den Transfer über die Bühne zu kriegen. Aber das klang so zwischen den Zeilen, das ist echt mehr als fraglich. Ich finde es richtig, dass der BVB da so vorsichtig ist. Das kann man sich nicht leisten, wenn der jetzt die komplette Vorbereitung ausfällt. Wie lange braucht der dann in den Tritt zu kommen? Dafür ist das Gesamtpaket, habt ihr gestern auch schon gesagt, zu teuer. Und dafür hat der auch in der Vergangenheit jetzt nicht 5, 6, 7 Jahre am Stück die ganzen Ligen zu schaffen. Richtig, du weißt gar nicht, ob der überhaupt nochmal auf so ein Niveau kommt, wenn der jetzt längere Wochenpause hatte, vielleicht damit immer wieder Probleme bekommt. Kann passieren. Es ist aber trotzdem ein großes Risiko. Was ich spannend finde ist, für mich wirkte es so von außen, als ob der die absolute AAA-Lösung für den BVB war. Ja. Und das jetzt natürlich ein bisschen unverhofft platzen könnte. Dann stehen sie relativ spät in der Sommerpause relativ blank da, aus meiner Sicht. Ja gut, das Gute ist ja auch, das haben wir ja gestern nochmal besprochen, da sind ja noch eine Menge Leute im Kader, mit Moukoko, mit Aller. Aber sie haben ja nicht aus Spaß gesagt, wir holen jetzt Girassi, weil sie offenbar glauben, sie brauchen da ein Upgrade, was ich die Einschätzung absolut teile. Also dann kommen sie auf einmal, also dann hoffe ich, dass man nicht in den Panikmodus verfällt und einen doofen Transfer macht. Weil für mich ist Girassi alles andere als ein doofer Transfer. Für mich ein wirklich super Transfer, wenn er denn gesund wäre. Das ist ja so ein kleines Streitthema, nicht nur zwischen uns, sondern insgesamt, ich finde das ganze Paket unfassbar teuer für einen Stürmer wie Girassi mit der Vita von Girassi. Aber wir gucken, was wird in der nächsten Zeit. Denn so ein Transfer, der kann sich auch mal hinziehen. Teilweise sogar ein Jahr, bei den Bayern zum Beispiel. Spätstarter gibt es immer. Palinja, ein Jahr haben sie auf den gewartet. Und Tobi Altcheffel hat endlich zu verkünden, dass der Junge da ist. Wir hören rein. Hi Stamis, servus André. Nicht mehr in Herzogenaurach, sondern ich stehe gerade an der schönen blauen Donau. Und das Daily Update von mir gibt es von hier. Fangen wir mit den Bayern an. Palinja, endlich ist es fix. Also die Bayern haben es vermeldet. Wir haben es euch gesagt gehabt, dass es passieren wird. Und er hat letzten Samstag zwei Medizinchecks in München absolviert. Da wurde auch ein schönes Video gedreht. Das ist ganz nett zu sehen. Denn er hat sich das Foto von seinem Medizincheck aus dem vorherigen Jahr aufgehoben und nochmal gezeigt. Er hat immer daran geglaubt. Er hat diese Säure über alle Bayern-Spiele verfolgt. Und jetzt ist Palinja endlich Bayern-Spieler. Vertrag bis 2028. Die Holding Six, der Abräumer, der Mann mit den meisten Grätsch-Tackles in Europa. Der kommt und der ist ein wichtiger Baustein für Vincent Compagnie, der am Montag dann bei den Bayern loslegt. Ob dann Matthias Dillicht noch dabei ist, wissen wir nicht. Beziehungsweise ob er noch Bayern-Spieler ist. Denn der hat jetzt erstmal Urlaub nach dem Ausscheiden der Holländer gegen England. Und der wird, glaube ich, nicht mehr an der Seedemann-Straße auftauchen, außer um vielleicht seinen Spind auszuräumen. Also es gibt Kontakt zwischen dem FC Bayern und Manchester United. Man hofft, dass man in den nächsten fünf, sechs Tagen eine Einigung findet. Und bei der Ablösesumme dann irgendwo bei 50, 55 oder 50 plus Boni sowas im Dreh natürlich Millionen Euro ins Ziel kommt. Und die Bayern-Fans, die werden traurig sein, weil Matthias Dillicht ist einer der Publikumslieblinge. Und es gab eine eigene Petition. Und ja, Thomas Müller, letztes Thema. Bei Bayern hängt er noch ein Jahr dran. In der Nationalmannschaft macht er Schluss. Wir hatten das schon berichtet. Das geht jetzt alles seinen Weg. Wird auch dann offiziell verkündet. Und ja, der hat immer gern für die Nationalmannschaft gespielt. Ist eine echte DFB-Legende. Wir haben ihn gern begleitet. Und hoffen wir, dass er noch mindestens ein schönes Jahr beim FC Bayern bekommt. Bevor es dann im Sommer 25 für ihn als Spieler vielleicht zu Ende geht. Aber auch den Trainer Thomas Müller, den werden wir hoffentlich bald und dann sehr lange wiedersehen. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao. Palinja, der portugiesische Jens Jeremies. Er ist endlich da in München. Ja, selten ist ein Spieler, glaube ich, mit so vielen Spannungen und Erwartungen und einer Erwartungshaltung gekommen wie Palinja jetzt. Obwohl der Name gar nicht so groß ist. Weil wir haben das ganze Jahr über diese Holding Six gesprochen. Nun ist der Trainer, der sie unbedingt wollte, nicht mehr da. Aber der Spieler ist da. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe die Arbeit von Palinja jetzt nicht so en Detail jedes Wochenende verfolgt. Was er im Bayern-Spiel verändern wird. Warum er so ein Spieler ist. Also für den Tuchel alles tun wollte. Und also das ist... Ich bin wirklich gespannt, ihn endlich zu sehen. Und mir dann mein eigenes Bild innerhalb dieser Bayern-Mannschaft bilden zu können. Mathe, hast du Licht? Dieser Fall lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Also für mich der Beste der Bayern-Innen-Verteidiger. Die wollen ihn abgeben. Vielleicht liegt es am System, das Kompany spielen möchte. Vielleicht ist auch intern irgendwas, was wir nicht wissen. Weil das ist ja... Also das ist fast unerklärlich für mich. Ja, man traut sich es kaum zu sagen. Eigentlich, unsere Reporter sind ja so gut, das kriegt ihr ja jeden Tag mit. Gerade bei Bayern, dass wir es eigentlich wüssten. Aber ich habe auch dieses Gefühl, da ist möglicherweise was passiert. Was wir eben nicht wissen, weil für mich macht es auch keinen Sinn. Sind wir ehrlich, der hatte auch kein ganz gutes Jahr. Allerdings auch kein einfaches Jahr. Das muss man auch sagen. Und er war doch der Beste von den in der Innenverteidigung. Genau, es gab immer wieder Kritik. Aber du siehst natürlich als Innenverteidiger in so einer Chaos-Saison, wie es bei Bayern war, immer nie im Endeffekt gut in der Retrospektive. Aber auf jeden Fall der mit dem besten Potenzial oder mit dem höchsten Potenzial von all diesen Innenverteidigern, der galt als der kommende beste Innenverteidiger der Welt, wahrscheinlich. Mega Führungsspieler in jungen Jahren auch. Bei Ajax schon gewesen. Ja, das Versprechen, dass er das nicht mehr erfüllen wird, ist klar. Aber da gibt es ja noch was da drunter. Unter Bayern braucht ihn nicht. Du bist nicht mehr gut genug für Bayern. Und bester Innenverteidiger der Welt. Also wenn du dazwischen irgendwo landest, ist es ja völlig okay für Bayern. Und warum man da die Hoffnung aufgegeben hat, ist mir auch ein Rätsel. Thomas Müller können wir kurz machen. Das ist erwartungsgemäß. Erwartungsgemäß. Mir ist in die Timeline jetzt nochmal gespült worden und ich hatte es vergessen. und heiße Internetempfehlung für alle Schlammis nochmal die Szene von der WM 2010, wo Maradona die Pressekonferenz verließ, weil er Thomas Müller für einen Balljungen hielt und es als Respektlosigkeit empfand. Und dann er zurückkam, sich entschuldigte und sagte, ich wusste nicht, dass es ein Spieler ist. Ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Sehr, sehr lustig. Ich hatte es wirklich vergessen. Googelt euch schnell. Es ist wirklich sehr, sehr funny. Und ja, schade, aber absehbar. Bevor wir gleich zur letzten Transfermeldung kommen, unsere Rubrik, dieses eine Gefühl, wenn, präsentiert von Volkswagen, haben wir natürlich auch heute wieder. Und heute sprechen wir mal, Flo, über den Finalschiedsrichter. Ich bin gespannt auf deine französische Kenntnisse. EM Feelings, dieses eine Gefühl, wenn. François Letexier. Das ist der Mann, vier Spiele gefiffen, ja. Vier Spiele gefiffen. Die Spanier unter anderem bei ihrem 4 zu 1 gegen Georgien. Also, das wird jetzt sein viertes Spiel. Er hat drei bisher gefiffen. 35 Jahre jung. Und ich finde es so ein bisschen, ich will nicht sagen Geschmäckle, aber dass er jetzt die Spanier pfeift, die seine Franzosen rausgeschmissen haben, ja, vielleicht bin ich einfach zu schlechter Mensch und denke immer nur, das ist, wahrscheinlich ist es völlig in Ordnung, wirklich für Fußballfeinschmecker was Feines ist, dass er beim Champions-League-Finale in Wembley bei Dortmund jetzt dabei war. Als vierter Offizieller allerdings nur. Und Upa Meccano rot gezeigt hat. in der Champions-League beim Bayern-Spiel in Rom. Der Franzose hat dem Franzosen rot gezeigt. Das ist ja auch was. Von daher, vielleicht mag er Frankreich doch nicht so. Wir werden es sehen. Ich finde immer, die Leute klicken diese Artikel wie verrückt. Das wird der Finalschiedsrichter bei uns. Ich finde es immer so uninteressant, weil ich hoffe, naja, es spielt hoffentlich eh keine Rolle, aber offenbar großes Interesse. Jetzt wisst ihr es. Einen Knaller haben wir noch aus Liga 2. Den nehmen wir noch mit. Davy Selke zum HSV und Babak Milani, unsere Hamburger Reporter-Legende, hat eine Spannheit geschickt. Wir hören rein. Moin André. Der HSV rüstet auf, um endlich im siebten Anlauf den Sprung in die Bundesliga zu schaffen. Und dafür holen sie einen sehr, sehr bekannten Spieler an die Elbe. Es ist Davy Selke. Der Mittelstürmer unterschreibt, für zwei Jahre wird knapp eine Million Euro verdienen und soll tatkräftig den Torschützenkönig der vergangenen Saison, Robert Glatzel, im HSV-Sturm unterstützen. Dieser Transfer war nötig, weil der zweitbeste Torschütze der vergangenen Saison, Laszlo Benesch, zu Union Berlin in die Bundesliga wechselte und so musste ein wenig Verstärkung ran. Und das soll jetzt Davy Selke sein. Hilfreich war, dass Davy Selke nach Ende der Saison durch den Abstieg des FC Köln, weil er keinen Zweitliga-Vertrag besaß, plötzlich ablösefrei auf dem Markt war und zudem Steffen Baumgart als Ex-Trainer, er trainierte ihn bis Ende des Jahres beim FC, und Stefan Kunz, der ihn 2017 beim Gewinn der Europameisterschaft der U21 betreute, sehr, sehr genau kannten und mit ihm sehr gute Gespräche führten. Und am Ende hat dieser Deal geklappt. Jetzt sind alle Fans gespannt, wie Selke beim HSV einschlagen wird. Ja, ich habe ja so ein bisschen Hassliebe zu Davy Selke. So wie ich zum HSV meinst du? Ja, ich finde ihn irgendwie einen geilen Typen. Okay, dann doch nicht so. Und ich glaube auch ablösefrei, so einen Stürmer zu bekommen, obwohl er rund eine Million verdienen soll, was ich schon ganz sportlich finde. Ja, aber es ist guter Zweitliga, gutes Zweitliga-Niveau. Genau, allerdings ist die Torausbeute von Davy Selke als Mittelstürmer alles andere als gutes Zweitliga-Niveau. Das muss man ihm ehrlich sagen. Der hat in seiner Karriere zweimal zweistellig getroffen. Einmal davon in seinem Zweitliga-Jahr für Leipzig, da waren es zehn Tore und für Hertha hat er mal zehn Tore geschossen. Sonst noch nie mehr. Also der ist kein Torjäger. Allerdings weiß ich auch, und du bist Fußballfachmann und du hättest mir sonst um die Ohren gehauen, das ist auch ein Stürmer, den man nicht nur an seinen Toren misst. Ähnlich wie großer Freund des Podcasts, Sebastian Polter, auch kein Stürmer. Einer, der viel arbeitet, da darf man nicht nur die Tore sehen. Der hat aber eine deutlich bessere Statistik in der Zweitliga. Der hat eine deutlich bessere Statistik, aber auch ein ähnlicher Stürmertyp, wo man sagt, den kannst du nicht nur an Toren messen. Der ackert richtig für die Mannschaft. Der nervt. Der nervt. Und so ist Selke auch. Von daher ist es unfair, den nur über Tore zu beurteilen. Und ich finde ihn als Ergänzung zu Glatze, finde ich das einen sehr, sehr guten Deal. Daumen drücken, dass er gesund bleibt, weil das war immer das Problem in seiner Karriere. Wenn er gesund bleibt und wenn du ihn dann immer situativ, mal von Anfang an, mal als Joker bringen kannst, glaube ich, hat Baumgart da eine sehr, sehr gute Option. Ich glaube, die Fans werden den schnell mögen, weil der einfach ackert. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, aber ob er nun der ist, der den HSV in die Bundesliga schießt, das wage ich zu bezweifeln. Frank Kramer hat das zu Schalker Zeiten mal gesagt, wuchtig und unangenehm ist das Stürmerprofil von Davy Selke, wie bei Sebastian Polter auch. Und ich bin der Meinung, das ist genau, und ich meine, er hat ja auch unter Baumgart gespielt, das ist genau der Baumgart-Spieler. Und wenn du dann mal überlegst, das ist ein Verein der HSV, der wird in den allermeisten Spielen offensiv spielen, die werden viele Torraumszenen haben, viele Möglichkeiten. Ich steile These, Micha schreib auf, leg mich jetzt schon fest, der trifft auf jeden Fall zweistellig, vielleicht sogar schon nach der Hinrunde. Das wäre die beste Saison seiner Karriere. Vielleicht sogar schon nach der Hinrunde. Ich glaube, das ist der perfekte Baumgart-Stürmer. Ball auf der Außen, reinhacken das Ding und dann steht er glatt so, da Selke ist doch perfekt. Also mehr geht doch gar nicht. Dafür ist er doch gemacht. Und ich bin mir sicher, das Match, das klappt. Mein Bruder HSV-Fan, der war sehr kritisch, der hat gestern quasi den Nicht-Aufstieg schon wieder ausgerufen. Oh, aber da mal mehr Liebe für Davy Selke. Also das ist nicht fair. Aber ich glaube, dass Steffen Baumgart ganz genau, erstens weiß der genau, was er bekommt, der hat in den Köln trainiert, der weiß genau, was er da macht, auch Stefan Kunz. Und zu dem Fußball, den Baumgart mit der Truppe nicht spielen konnte, der seiner ist, passt Davy Selke sehr, sehr gut. Deswegen glaube ich, sehr guter Transfer. Davy Selke zu haben, ist besser als Davy Selke nicht zu haben. Ich glaube, so können wir uns einigen. Jetzt müssen wir nur sehen, dass er gesund bleibt. Das war Deutschlands bestes Schlusswort und deswegen Deckel drauf, Freunde. Deckel drauf, macht's gut. Tschau. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.